Oh ja, dann verfolgen wir ihn jetzt mit unserem Schiff. Wird dann die erste maritime Hauptmission, glaube ich sogar. Volle Synchronisation, genau so muss das sein. Sehr schön. Geht das jetzt direkt weiter damit oder habe ich noch Zeit, New York fertig zu erforschen? Ja, nee, irgendwie wird jetzt erst... Oh Gott, ey, am Arsch. So, jetzt fange ich mal da an. Denn da gibt es doch einigen Stuff zu sammeln noch. Arbeite ich mich von unten nach oben, mache ich kurz hier den Rest fertig, ist ja nicht mehr so viel. Und ich gucke mal kurz, was es hier noch gibt. Gut, viel zu teuer, viel zu teuer. Verbessertes Ruder, genau, das wollte ich. Das hole ich mir jetzt auch. So, da oben, wie geht? Und wir sind oben. Alter, wie geht denn die ab? Ja, scheiße. Und dann springt er da runter, der Bobo. Alter, dann hüpft er daneben, der Holzkopf. Ja, super, das schaffe ich doch nie mehr. War so klar, ey, das war so klar wieder. So ein Bullshit hier, ey. Nur weil Conner wieder Scheiße gebaut hat. Ja, los. Geht doch. Ja, Silver Fox, das klingt schon so vertrauenswürdig. So, Schloss knacken. Können wir wieder ein bisschen Kohle vertragen, ne? Ja, am Arsch. Ach, komm. Was geht ab hier, ey? Ich bewege das kein Stück nach links und rechts. Meine Maus ist nur so empfindlich. So, her damit. Was haben wir denn da, Feines? Edle Kleidung. Uh, ein Glasfenster auch. Wolfanhänger, geil. Was kann man hier, Untergrund erforschen? Ne, wozu hab ich jetzt entdeckt? Ist ja gut. Alter, wie viel's darf. Oh, Hautcreme, ganz wichtig. Ne? Für zarte Indianerhaut. Ja. Na los. Jawoll. Nochmal fix ne Runde synchronisieren. Oh ja. Oh ja. So, und dann geht's abwärts. Und währenddessen gucke ich schon mal. Ja, da gibt's noch ne Schatzruhe. Es gibt noch eins, zwei, die eine Almanachseite hier noch. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Sachen zu erledigen. Mindestens. Mindestens. Wohl bemerkt. Einen Großteil will ich versuchen jetzt schon direkt zu machen hier. Da oben schwebt die Almanachseite rum. Deswegen. Uiuiuiuiui. Jawoll. Sehr gut. Alter, voll der Sturm. Schaum werfen wir mal einen Blick hier in den Laden. Da kann ich nochmal Aufträge hier, hätte ich fast gesagt, vergeben. Und noch was wollte ich machen. Genau. Zack. Jawoll, ja. So, ich gucke mal kurz hier ins Buch, ins Geschäftsbuch. Herstellung. Kann ich denn irgendwas Neues herstellen? Ich hab ja jetzt ein paar neue. Fallenbeutel. Ach, da kann ich dann... Ach was. Ah, doppelter Holster. Da kann ich dann wohl zwei Waffen. Französische Taschenpistole, italienische Steinschlosspistole, Kriegstomahawk, Köcher. Oh, da kann ich mehr Pfeile wahrscheinlich mitnehmen. Landkonvoi Upgrade, Landkonvoi, Waschengens Schlachtschweb, Marine Interfusspistole, Munitionsbeutel auch gut. Ah, okay. Ähm. Ich kann Kerzen herstellen. Auch nicht schlecht. Ich hab ja Wachs ohne Ende, dann kann ich damit ja mal Kerzen herstellen, ne? Mach ich gleich mal hier vier Stück. Ne, kommt fünf. Sechs. So. Passt genau. Konvoi verschickt. Nächster Konvoi. So. Das hätten wir. Ich hab zwar kaum Kohle. Aber ich kann ja mal wieder hier verkaufen. Luchskrallen und Luchspelz. Wie sieht der denn aus? Auch Kiste. Naja. Zack. Kaufen wir mal was. Normale Waffen. Ach nee, da gab's ja gar nix so wirklich, ne? Monturen hatte ich alles. Ja. Karten. Wie sieht's damit aus? West New York Thrun. Ja. Da hab ich dann alle Karten. Das ist sehr gut. Hab ich jetzt alle Thrun? Dann weiß ich jetzt zumindest... Wo die sind. Wo die sind. Alter, was für ein Sauwetter. Da oben gibt's noch eine. Und ansonsten hatte ich sogar schon alle. Wow. Nicht schlecht. Ja, eigene Markierung am Arsch. Helfen wir mal den Bürgern von New York. Ach, die gehen hier alle ganz entspannt, sind die gewohnt. Ich hasse es, nass zu werden vom Regen, ne? Achso, ich wollte den gerade fangen, weil ich dachte, das wäre so ein Dieb oder sowas. Ach ja, die Geschichte. Ich weiß, wer die Verräter sind. Und sie bringen Listen mit den Namen führender Patrioten zu den Rotröten. Sie werden beten, um diese Fälschungen zu ersetzen. Ja, ja. Dann wird Rebellion weiter. Dreibeinige Katze, Jagdhund auf Baum. Ey, schub's mir nicht rum, sonst bist du gleich tot einfach, ja? Dann pfeife ich da drauf. Auf die Mission, ja? Klar, soweit? Wäre auch besser so. Jawohl, ja, hat der nicht mal mitgebekommen, der kleine Bobo. Gut. Da gibt's noch was. Zwei Aussichtspunkte gilt es noch zu erklimmen. Und danach geht's dann auch schon weiter mit der nächsten Hauptfest. Darauf freue ich mich schon. Oh, ein kleiner Trupp. Könnte ich eigentlich auch kurz auslöschen, ne? Aber... Och, nee. Dasselbe nochmal. Oder was? Ich weiß, wer die Verräter sind. Und sie bringen Listen mit den Namen führender Patrioten zu den Rotröcken. Finde einen Weg, die Listen durch diese Fälschungen zu ersetzen. Dann geht die Rebellion weiter. Ja, okay. Alter, wie ich mich nicht mal bewegen muss und der mich schon gesehen hat, ne? Bullshit. Alter, was ist denn das für eine misstrauische Mimose hier? Alter, der dreht sich ja alle paar Zentimeter um hier. Zieh dir das rein! Was ist denn das für einer? Hat der irgendwas geraucht oder so? Meine Fresse nochmal. Die können ja doch aufwiegeln, ne? Wiegelt den mal auf. Können die natürlich nicht. Jawohl, ja, kann ich den jetzt töten? Nee, natürlich nicht. Scheiße. Scheiße! Ein Schätzchen. So, das Schiff ist Sperrgebiet. Das hier allerdings nicht. Ach, es ist ja auch dämlich, hier einen Schatz unbewacht zu lassen, ne? Ach ja. Na, geht doch. Oh, cool. Das war eigentlich nicht mal Absicht. Ich hab nur kurz meine Maus neu positioniert und das hat schon gepasst. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Was haben wir denn da? Hirschmarksuppe. Naja, Pomade. Was auch immer das ist. Gürtelschnallen. Salz. Hasenfotenteil erstmal. Ja, ich hab ja schon genügend Hasenfoten. Elixier, Luxanhänger nochmal und 750. Ja, das ist, ja, zu wenig Geld, aber... So, was haben wir hier denn noch? Okay. Gern geschehen. Runter da, oder? Du wirst es bereuen. Halt's Maul, oder du wirst es bereuen. Ich versuch gleich mal von da oben den anzuspringen. Ich bin ganz ruhig. Das war nur ein Zufall. Das war nur ein Zufall. Geht doch, ey. Alter. Geht doch, ey. Meine Fresse nochmal. Wie ich da schon wieder fast raufgegangen wäre, weil ich runtergesprungen bin, ey. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, wo war die Pistenilke jetzt noch gleich? Ne, komm ich natürlich nicht ran. Mit Stil. Ne? So, nächste Almanachseite. Direkt voraus. Beiseite, Sir. So, wo geht's denn hier lang? Hier. Von hier aus sollte ich rankommen. Jawohl, Glück gehabt, ey. Jetzt wäre ich nämlich voll daneben gejumpt. So, wenn ich dann nachher zurück zum Hafen gehe, kann ich das gleich mit abliefern? Auftragsattentat. Ja, kann ich auch nochmal. Alter, Alter, was ist da denn jetzt schon wieder Befragungsmissi?